Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ultimate. Das ist erkrankt, gell? Die wunderschöne Sandlinie. Wunderschöne. Wunderschöne Stadtsee. Kurz zum Vorhinein. Wunderschöne. Hier müssen wir noch etwas weiter. Jetzt klappt das runter. Wunderschöne hier. Da steht dieses wunderbare Schmuckstück. Ein treuer Begleiter seit jetzt über einem Jahr. Es wird erstmal noch ein bisschen pausiert. Das ist einfach das Leben. Fantastisch. Oh ja, das ist es. Ne, Jennifer? Ja, das kommt noch mal gut. Seit dem des Lebens. Wir haben nach Hause. Das macht man so schön. Zuhause ist doch am Schätzen. Das Problem ist, das ist eine reine Lüge. Und ich kacke jetzt erstmal. In diesem Sinne, man sieht sich.